Musik So, ich begrüße euch zu einem Let's Play Prince of Persia with Sets of Time Und wir werden sofort wieder beginnen, es zu spielen Und zwar waren die stehen geblieben bei den Klippen und Wasserfall Okay, da werden wir jetzt mal weitermachen Ja, genau Ja Ah, okay Spring mal, genau Dann werden wir mal der Vision von letztem Mal folgen Und an diesen Palmen hochklettern Uah Nein Nichts geschehen, nichts geschehen So Klettern wir mal beide Palmen Okay, beide Palmen nach oben Ich hab doch gerade noch so wenig Leben Ah, okay War ja ganz wenig Gut Dann gehen wir mal weiter Äh, okay So Und wir haben einen neuen Sandbehälter bekommen Willkommen Kann man von hier aus an die andere Palmen springen? Jetzt muss man erstmal an die andere springen? Jo Ah, nee Warte Jetzt muss man erstmal an die andere springen Oh nein Oh, jetzt hab ich noch weniger Leben Ah Jetzt muss ich ihn verdammt aufpassen Nein Nein Jetzt springen wir doch mal zurück So Haben wir das auch mal gemeistert Dann springen wir auch mal zurück Geht ja nicht, dass wir jetzt einfach so So Verlebt Ah Ich bin noch mehr zurück So Jetzt aber So Jetzt hab ich aber alle, oder? Jawoll Super Dann gehen wir jetzt sofort auf das Schlürfen Was Schlürfen, 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 Schlürfen Jawoll Schlürfen wir ganz viel Super Ah Jetzt haben wir wieder volle Lebensanzeige Und Ah ok Da vorne gehts sogar weiter Jawoll So Hopp Und Hopp Uah Das war nicht so gut Ja Gerade noch geschafft Super Und Jetzt Mal öffnen wir die Tür Yes Die Tür ist offen Ja, ich komme Hm Ich glaube man kann Ich muss jetzt aufpassen Ich kann nur noch einmal zurückspulen Deswegen muss ich jetzt wissen, dass ich nichts falsch mache Ne, pass auf Nichts Mal abspülen Ja, ich muss nur noch einmal abspülen Anstatt Ah So So Yes Jo Und dann sind wir jetzt wieder mal weiter Ups Weiter würde ich sagen Weiter würde ich sagen So Geschafft Und dann gehen wir mal Der Prinzessin hinterher Und seit wieder Monster Vorsicht von den Skarabell Oh Skarabell So Wieder geschafft Weiter gehts Gehen wir mal etwas vorsichtiger Gehen wir mal etwas vorsichtiger Kann dir alles mal passieren Oh, da sind noch mehr So, kommt her Ich schicke euch in euren Skarabell aus Himmel Himmel Oh, wir kommen jetzt hier aber aus Oh, Löchern Moment her Komm 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 Oh, noch mehr Oh, lass mich in Ruhe Hinter euch Hinter euch Ja Ich kann euch zwei gleichzeitig attackieren So, gehen wir mal ganz schnell zurück, um unser Leben wieder aufzufüllen Wer weiß, was Was Als nächstes passieren wird Was Nächstes passieren wird Woll So Gehts direkt weiter Nebelschwaden Und immer noch Nebelschwaden Und ein Loch in der Wand Oh, Monster Oh, du attackierst die? Okay Die Bäder Befüllt mit Zombies Die mit Ketten spielen Ja Kommt doch mal her Ja Ketten Ah, schwingen Ganz da Anregler bitte Oh So So Und Haben wir dann auch Auch schon mal Auch schon mal Okay, den haben wir doch nicht im Sack Boah Gott, die Die Frauen Die sind aber hier heute ziemlich Gute Ah Mann, lass mich in Ruhe So Nehmen wir uns auch noch mal Ah Gute Und So Gehen auch noch mal Yeah Yeah So Mal schnell weiter In der Hoffnung, dass da irgendwo mal Wasser kommt Ja, Wasser Ah Schlecht 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 Ah Keine Zeit zum Trinken Zum Kau Zeit zum Trinken Aber zum Auslaufen Und zum Metz Ja, haben wir doch immer Für Zeit Ja, ich bin echt down, verdammt So Das hört ja gar nicht auf mit dem Monster Schwindel oder so Aber du, mein Freund, du bleibst hier So Ich sammle dich noch auf Mal chillen Boah, und die kommt Ich kann überall her So Auch noch Die da hinten Die bleibt auch lieber mal hier Und dann nicht drüben So Das läuft doch richtig gut Aber die Monster kommen immer, immer, immer Hier Geht ja gar nicht Das tut echt gar nicht hier Komm mal So Du kommst auch noch dran Keine Wange Yes Und wir haben es geschafft Und dort ist der Speicherpunkt Also mal trinken 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 Ja Ihr versteht Nicht wahr? Ja Gut Dann Würde ich sagen Wir speichern Und Das wird bei der nächsten Folge von Let's Play Prince of Persia Geschehen Ja Das sah ja wieder sehr spannend aus Und wieder was mit Hin und her Schieben Ja Und mit natürlich Monster kämpfen Schaltet wieder ein bei der nächsten Folge von Let's Play Prince of Persia Descends of Time Ja dann bis zum nächsten Mal Gut Beim nächsten Mal fangen wir hier an